Schmeichel. Da kenne ich ein paar Highlight-Videos von früher. Die haben mir ganz gut gefallen. Immer noch Peter Schmeichel. Die haben mich da weiter überzeugt. Und die habe ich noch ganz gut im Kopf. Aber Edwin Van Assa auch ein guter Torwart. Dann muss ich nochmal ausweichen auf Buffon. War mein Idol früher. Da habe ich sehr bewundert auf dem Platz. Einfach als Typ auf dem, was er auch geleistet hat. Und ganz klar Buffon. Addison Becker kommt noch dazu. Glaube ich bei Buffon. Maner Neuer. Natürlich einer der größten Toyota in Deutschland. Aber ich bleibe trotzdem bei Buffon. Uwe Kamps. Okay, da muss ich nochmal switchen. Weil es einfach ein cooler Typ ist. Ich habe viele Jahre mit ihm auch zusammengearbeitet. Und war einer der ersten Wegbegleiter auch für mich in meiner Periode. Peter Tschech. Dann bleibe ich beim Uwe. Uwe Vakani. Ich bleibe immer noch beim Uwe. Ika Kassias. Bleibe ich auch noch beim Uwe. Marc-Andre Testegen. Dann werde ich nochmal wechseln. Ich habe mit beiden auch zur selben Zeit zusammen trainiert. Zusammengearbeitet. Aber Marc. Natürlich auch ein riesen Torwart. Auch in Deutschland. International ebenso. Und für mich auch ein großes Vorbild. Okay.